Hi Stefan, das ist ein Video an dich. Du hast diesen Buckelmesser vorgestellt. Diese Messer sind auch wie Buckelmesser. Das sind von Victorinox die Gemüsemesser. Das ist einmal ein Classic Tafelmesser und das ist einmal ein Gemüsemesser von Victorinox. Und das ähnelt sehr sehr dem Buckelmesser. Und jetzt zeige ich dir mal wie dünn da die Klingen sind. Da sind die Klingen noch dünner als bei dem den du gezeigt hast und der Stahl ist nicht viel besser. 1,4 Millimeter ist es dick. Und hinter der Phase habe ich gemessen 0,2 Millimeter. Also für mich gibt es da keinen Unterschied. Und bei diesem Messer, da messe ich mal auch die Klingen dicke. Zeige ich dir gleich. 1,5 Millimeter. 1,5 Millimeter ungefähr. Und das ist auch so dünn wie deins. Noch dünner, weil da ist 1,9 Millimeter. Und hinter der Phase ist das hier auch 0,2 Millimeter. 1,5 Millimeter. Und hinter der Phase. Sogar 0,1 Millimeter. Warte mal. Noch mal gemessen. Direkt hinter der Phase. 0,2 Millimeter auch. 0,2 Millimeter. Damit ihr nicht denkt, dass ich irgendwie schummle. 0,2 Millimeter. Und deswegen wollte ich das mal kurz zeigen. Diese Messer hat 5 Euro noch fast gekostet. Und das habe ich für meine Mutter gekauft für die Küche. Und das habe ich selber für Frühstück, für die Arbeit. Und dann zeige ich euch mal kurz, wie scharf dieses ist. Es ist auch sehr scharf. Also man kann es sehr leicht nachschärfen mit einem CC4. Und ganz ehrlich. Und abziehen auf Jeans. Und dann hat man praktisch ein ultrascharfes Messer. Deswegen würde ich das Messer für 26 Euro so nicht kaufen. Nur weil es Holzgriffschalen hat. Und der 15 im OV ist nicht besser als der Victorinox Stahl. Finde ich zumindest. Weil ich hatte ihn auch schon mal. Und der ist auch sehr schnell stumpf gegangen. Also für das Messer habe ich 15 Euro bezahlt. Und für das Messer habe ich 5 Euro bezahlt. Also lohnt sich nicht. Einen Appell an euch. Also für das Messer habe ich 15 Euro bezahlt. Ich habe das Messer. Vielen Dank.